Dann mal die Schnellreise dorthin. Stäbe benutzen wir sowieso nicht. Aber ich hab doch noch so eine Erinnerung, dass da noch eine Quest ist, die man da machen kann. Also in dieser einen Stadt da jetzt, wo man kurz da, bevor man diesen Bergbush steigt, der mit den 7000 Stufen... Aber wo war die? Na, wenn das nochmal kurz ein Stück Tee trinken... Boah, braucht der lang, ey. Die Salade wird schon. So. Dummi dumm. Oh. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochwort gar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Warten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Hallo. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Welche Lieferung bringt ihr doch dorthin? Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist Gegenleistung. Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von Ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Das könnte ich für euch erledigen. Wirklich. Sehr nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorreden. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Okay. Seid vorsichtig dort oben. So. Es gibt halt keine Quests mehr. So. Dann. Wollen wir zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15. Das ist mir zu blöd. Aber lustig ist gewesen. Lesen wir diese Schrifttafel. Da gibt es noch mehrere davon. Also lesen wir die hier. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz mundlos beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzen sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Na, lauf mal hoch hier. 7000 Stufen, ey. Wie hier? Oh, Bär. Bär, Bär, Bär. Bär. Uh. So. Wo. er hätte mir auch noch haben sollen sollte die tote Ziege die können einfach so tot rumliegen mehr abspeichert noch mal kurz davor es werden uns bestimmt ein paar Gefahren auflauern sie so Prozent Fröschen den Hintern Siegenfell ich dachte ich krieg das Horn das brauchen wir nämlich egal wenn wir das Häuschen bauen und so da ist eine zweite Tafel die Menschen wurden geboren und verteilten sich in verteilten sich in Mundus okay die Drachen herrschten über die kriechenden Massen damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme das ist gottbestimmt reden aber nicht so wie die Drachen und Fußruder schreien das kann jetzt dauern hier diese schönen Dinger da hochzulatschen ach ja boah ey kannst du nicht hier ich bin jetzt gestorben nee jetzt oder zum Glück hab ich abgespeichert so Mann oh Mann was denn das hier und ist mein Ding schon wieder nicht aufgeladen ja äh gibt's doch nicht ey verricke ich da einfach an so einem scheiß Bären ey die Ziege nehmen wir mit oh die nehmen wir auch mit Ziegenfell und Ziegenhorn sowas haben wollen ey das Ziegenfell das andere war das komische Essenszeug Ziegenfell und Ziegenhorn okay so jetzt wissen wir aber dass da so ein komischer Bär ist jetzt werde ich im Schleichmodus sein und dann mach ich auch schon mehr Schaden so der war doch hier oben ne dumm dumm lustig wäre das schon eigentlich gewesen das zu zählen ob es stimmt ob es wirklich 7.000 sind oder ob sie uns anschmieren die Entwickler wo es bestimmt 7.000 sind ich würde mich bestimmt erzählen dann auch noch Prozent da ist er ha so diesmal tötest du mich nicht nein bleib die äh 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 bleib hier die Bluten wollte ich dich schon noch und die Schneebären nehmen auch noch mit so oder nee ach das noch ich muss mir echt mal schwer dazulegen jetzt ey das ist ja hab ich schon gesagt ne also eigentlich würde ich meinen Bogen hochbringen auf 100 und dann noch nebending nehmen oder Dolche wollte ich nehmen stimmt sie bleibt hier schon wieder die Witter Prozent tut mir leid ich finde es lustig Prozent okay das auch mit hier das ist nicht nett dann lesen wir das hier auch noch der junge Geist der Menschen war stark in der Zeit in der alten Zeit sie hatten keine Angst gegen die Drachen und deren Stimme zu kämpfen aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz oh die armen Menschen noch mal einen Schluck Tee trinken das ist ja noch irgendwas doch doch bestimmt noch irgend so gleich so ein tofes Viech auf ey so nochmal abspeichern hier sieht man die schönen Gebirge ach das erinnert mich an meine Heimat und die Alpen ja und jetzt kommt meine Frau nach Hause ähm schön äh tja dann muss sie selber äh die Tür aufmachen ist doch noch gar nicht so spät naja dann auf der Hut vor Wölfen wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt ja ja äh lesen wir die hier auch noch Kühne wandte sich an Parathurnax Kühne wandte sich an Parathurnax der Mitleid mit dem Menschen hatte gemeinsam brachten sie den Menschen bei die Stimme einzusetzen daraufhin wütete wütete der Drachenkrieg Drachen gegen Zunge okay und weiter geht's die 7000 Stufen hoch boah ich glaube wir haben noch ein Stück vor uns ich konnte das nie einschätzen wann das aufhört oder nicht so hier ist doch was war das da ist scheiße der hat uns entdeckt naja aber bis der mal ankommt ist der schon tot der Vorteil eines bohren aber sobald es um Nahkampf geht bin ich ein bisschen im Eimer deswegen muss ich endlich mal so eine Zweitwaffe lernen ja das ist doch nicht meine Frau die da gerade nach Hause kam oder geklingelt hat ne egal ähm das ist die fünfte Tafel die Menschen siegten und sie schrien Allodin aus der Welt und sie bewiesen dass ihre Stimme auch stark war obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten guck mal hier mal runter hm was ist das das ist noch so ein Grab oder wo bin ich denn hm lustig ja da kann ich leider jetzt nicht hin außer ich mach selbst Mut und spring noch runter aber das bringt ja auch nichts keine bösen Viecher hier unterwegs ne so und dann zur sechsten Tafel mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels sie gründen das erste Reich mit Schwert und Stimme und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück Yay, das Zeitalter der Menschen. So. Und hier noch. Die Zungen am roten Berg verschwanden, gedemütigt. Jurgen Windrufer begann seine siebenjährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Aha. Also der meint jetzt die Drachen wahrscheinlich. Und nicht so werden meine ganzen Ziele jetzt angezeigt, das wundert mich. Ach, ich hab Verschiedenes. Okay. Oh, krasser Mond. Nächste Schrifttabel. Jurgen. Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jurgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Aha. So entstanden also die komischen Bärte. Graubärte. Wir haben's geschafft. Da sind wir doch schon. Schön. Nochmal kurz abspeichern. Und die letzte Tafel, glaube ich. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochhotka gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovakin. Also Drachenblut. Also Drachenblut. Hochhotka entdeckt. Schön. Hübsche Blumen. Nehmen wir alle mit. Und in die Truhe sollten wir doch, äh, sonstiges. Wo war denn das jetzt? Kimmicks Vorräte. Hm. Okay, zu Kimmick zurück. Ja. Den erstmal nicht. So, liebe Madels und Jungs. Jetzt aber mache ich schon mal einen Schluss. Und wir haben die 7000 Stufen geschafft. Ob diese Stufen wohl auch zählen. Oder ob die schon zu dieser Book gehören. Keine Ahnung. Ich werde es nicht nachzählen. Ihr könnt das machen und könnt es mir ja dann in den Kommentaren reinschreiben. Wenn euch langweilig ist. Ja. Und nächstes Mal sprechen wir mit den Graubärten. Na dann, liebe Jungs und liebe Madels. Habt noch einen schönen Tag. Und ja. Bis dann. Tschüssi.